Was kannst du tun, um dich wirklich wirkungsvoll zu motivieren? Und eigentlich hatte ich für heute Abend ein anderes Thema vorbereitet, aber dann dachte ich, ja Mensch, das passt irgendwie super gut. Ich selbst hatte ans Thema Motivation für diese Livestream-Reihe noch gar nicht gedacht und deshalb greife ich das jetzt auf. Wenn du Fragen dazu hast, dann gerne her damit und wenn du Kommentare hast, auch gerne her damit, wenn du Dinge genauso siehst oder wenn du Dinge ganz anders siehst oder wenn du den Eindruck hast, ich habe irgendwas Wesentliches vergessen. Dann schreib es mir jetzt entweder, falls du live zuschaust in den Chat oder zu jedem beliebigen Zeitpunkt in die Kommentare unter das Video. Ja, du kennst Menschen, vielleicht gehörst du selbst dazu, die immer mal wieder sagen, ich bin einfach nicht motiviert. Und im Grunde genommen ist dieser Satz, wenn man ihn sich anschaut, der offenbart einen gewissen Fatalismus. Denn quasi parallel könnte jemand auch sagen, also der Vergleich hinkt, aber ich dachte, das ist vielleicht eine drastische Formulierung, die das einfach klar macht, was da geschieht. Also genauso wie jemand sagt, ach, ich bin einfach nicht motiviert, könnte vom Prinzip her jemand sagen, ach, ich habe die Pest. In beiden Sätzen ist letzten Endes ein Fatalismus drin und dieser Satz, ich bin einfach nicht motiviert, da wird im Grunde genommen so getan, als ist die Motivation entweder an oder aus. Und das ist praktisch so, wie wenn man sagt, ach, heute regnet es. Am Regen kann man nichts ändern. Aber Motivation ist für mich kein Selbstzweck und Motivation ist auch nicht zufällig da oder nicht da, sondern nach meinem Verständnis, nach meinem Eindruck ist es ganz einfach so, jeder von uns bewirkt, dass er motiviert ist oder eben nicht. Zu dem Satz, ich bin einfach nicht motiviert, kommt noch was dazu. Und zwar Menschen, die diesen Satz oder die solche Sätze sinngemäß sagen, sprechen aus einer Opferhaltung heraus. Ich bin einfach nicht motiviert, suggeriert, irgendetwas oder irgendjemand ist schuld daran, dass ich nicht motiviert bin. Das wird natürlich nicht ausgesprochen und das ist demjenigen, der diesen Satz sagt, sicherlich auch nicht bewusst. Noch eine Parallele dazu, also auch wieder ein Vergleich, der ein bisschen hinkt, aber auch der kam ja so in den Sinn. Stell dir vor, ein Mensch, der sich, sagen wir mal, vier Wochen lang weder gewaschen noch geduscht hat, ja, und der würde sagen, ach, ich stinke. Ja, wie würden andere auf den reagieren? Ja, klar stinkst du, wenn du vier Wochen lang nicht geduscht hast, wie soll das denn anders sein? Aber wenn einer sagt, ich bin einfach nicht motiviert, ja, dann sagen ganz oft die anderen, ach, du, mir geht es genauso oder bei mir ist es noch schlimmer. Keinen Bock auf gar nichts. Und da, das ist jetzt sozusagen ein weiterer Aspekt, der da dazu kommt. Moment, ich sehe gerade, ich muss an den Einstellungen was verändern anscheinend. Es hat den Einschein, dass heute die Übertragung irgendwie langsamer ist. Oh, so, mal schauen, ob das das Problem jetzt löst. Ich hoffe doch. Ja, ich rede mal weiter und dann sehen wir es. Und das ist das Umfeld. Menschen haben die Tendenz, sich, ja, unbewusst, teilweise auch bewusst an ihr Umfeld anzupassen. Und in dem Maß, wie so die Null-Bock-Haltung zum Beispiel cool ist, hat man aus naheliegenden Gründen die Tendenz, Null-Bock auf gar nichts zu haben. Und das verschärft natürlich die Situation noch. Meine prinzipielle Haltung, wenn jemand sagt, ach, ich bin einfach nicht motiviert. Das ist einfach die, dass ich dann denke, naja, selber schuld. Genauso wie wenn einer monatelang nicht die Zähne putzt und sagt, ach, meine Zähne faulen. Ja klar, selber schuld. Das wirft vielleicht die Frage auf, was ist denn Motivation? Ich würde sagen, Motivation ist im Kern die Energie, die es braucht, um Ziele zu erreichen. Und umgekehrt, ohne Ziele keine Motivation. Wer aber keinen Bock auf gar nichts hat, der hat eben in dem Moment nichts, was ihn inspiriert. Und oder, ihm kommt im Moment nichts in den Sinn, was ihn inspiriert. Vielleicht gibt es ganz viele Dinge, die ihn inspirieren. Aber aus welchen Gründen auch immer, kommt er an die im Moment nicht ran. Der Zugang dazu ist ihm praktisch verbaut. Vielleicht, weil irgendein Alltagsproblem gerade dominiert oder so. Ja, wenn Motivation die Energie zur Erreichung von Zielen ist, dann stellt sich natürlich die Frage, was sind deine Ziele? Oder, falls du das Gefühl hast, das, was ich im Moment gerade sage, trifft vielleicht in der einen oder anderen Weise auf dich und auf dein Leben zu, dann kannst du dir vielleicht jetzt direkt einfach mal die Frage stellen, wie fühlst du dich in Bezug auf Motivation, so im Moment, in deiner momentanen Lebensphase? Wie fühlst du dich im Moment? Wenn du einfach mal so einen Moment in dich gehst, wie fühlst du dich? Fühlst du dich eher motiviert im Moment? Fühlst du dich eher frustriert? Fühlst du dich überfordert? Hast du vielleicht das Gefühl von Sinnlosigkeit, von keinen Einfluss haben? Oder fühlst du dich eher inspiriert, voller Freude? Vielleicht bist du gerade frisch verliebt. Wie fühlst du dich im Moment so? Und wenn du an Motivation denkst, welche deiner Ziele kommen dir zuerst in den Sinn? Und wenn du an diese deine Ziele denkst, was macht das mit dir innerlich in Bezug auf deine Motivation? Reißt dich das fast vom Hocker, sodass du das Gefühl hast, schnell raus aus dem Stream und rein wieder was tun für deine Ziele? Oder fühlst du dich vielleicht abgeturnt in Bezug auf deine Ziele momentan oder vielleicht seit einer längeren Zeit? Vielleicht hat sich irgendwas in deinem Leben verändert, sodass das ein oder andere deiner Ziele vielleicht momentan seine Wertigkeit in deinem Leben verändert hat? Oder vielleicht bist du im Moment ganz gezielt suchend, wie viele andere Menschen auch, suchend nach dem, was du tun möchtest, was du in dein Leben hineinholen möchtest, was du vielleicht mehr leben möchtest und was dich ansonsten irgendwie inspirieren könnte. Ja, jetzt ist es so, es gibt manche Ziele, die sind per se nicht sehr motivierend. Also bei manchen ist es zum Beispiel so, wenn sie an Mathe denken, dann denken sie, oh Gott, oh Gott. Mir selbst hat Mathe immer Spaß gemacht, aber ich weiß, für viele ist Mathe einfach so ein Fach, mit dem haben sie keine Lust, sich auseinanderzusetzen. Jetzt könnte man sagen, ich lasse all das fallen, was mich nicht motiviert. Oder man kann sagen, jetzt gucke ich doch mal, wozu mir das dient. Und gesetzt den Fall, du bist noch in der Schule, dann dient dir eine gewisse Note in Mathe. Es muss ja keine 2 sein oder so, vielleicht reicht eine 3, vielleicht reicht eine 4. Ich brauche einfach eine gewisse Note in Mathe, damit ich meinen gewünschten Abschluss erreichen kann. So, was bedeutet das, wenn du jetzt diesen Satz dir genauer anschaust? Mathe ist dann ein Mittel zum Zweck. Ja, eine gewisse Note in Mathe, damit du deinen Schulabschluss erreichen kannst. Das heißt, eigentlich geht es dir um den Schulabschluss. Und Mathe ist einfach ein Meilenstein auf diesem Weg. Und man spricht dann auch von Metazielen, Ziele, die über den eigentlichen Zielen liegen. Also zum Beispiel das Metaziel Schulabschluss und das Zwischenziel Mathe. Und viele Zwischenziele oder viele Ziele allgemein werden dadurch erträglicher oder überhaupt erst motivierend, indem man ein Metaziel hat. Stell dir vor, dein absoluter Traumpartner, also du wüsstest, in jeder Zelle deines Körpers, du wüsstest, das ist dein absoluter Traumpartner. Aber, und aber, dieser Mensch spricht eine Sprache, die du überhaupt gar nicht beherrschst. Ja, nimm jetzt irgendeine Sprache, die dir deines Erachtens nach kompliziert erscheint. Irgendwas Arabisches meinetwegen oder die russische Sprache oder keine Ahnung. Irgendeine Sprache, von der du das Gefühl hast, die ist ganz extrem schwer. Und jetzt stell dir vor, dein absoluter Traumpartner spricht diese Sprache. Und, also ihr habt euch gerade frisch verliebt, so richtig knallintensiv. Und du hättest jetzt die Möglichkeit, ein Jahr lang mit deinem absoluten Traumpartner, sagen wir mal, auf einer einsamen Insel zu sein oder so. Oder stell dir sonst irgendein passendes Ambiente für dich vor, ein Jahr lang. Und, es wäre klar, dein Traumpartner möchte deine Sprache nicht lernen. Du hättest die Möglichkeit, die Sprache deines Traumpartners kennenzulernen. Was glaubst du, wie weit du in Bezug auf deine Sprachkenntnisse in zwei, drei Monaten wärst? So, und wenn du das jetzt mal vergleichst mit dem typischen Sprachenlernen in der Schule, ja, falls du Schulzeit hinter dir hast, dann hast du schon, hattest du wahrscheinlich x Jahre Englisch gelernt. Und ganz viele, die x Jahre in der Schule Englisch gelernt haben, sind kaum in der Lage, einigermaßen englischen Satz gerade herauszusprechen. Und ich denke, dir ist klar, was ich damit meine, Motivation kann eben einen riesengroßen Unterschied machen. Und Englisch, sage ich jetzt einfach mal, ist bestimmt nicht die schwerste Sprache. Und wenn es aber um deinen absoluten Traumpartner ging oder sonst was, stell dir vor, wenn du diese für dich extrem schwere Sprache gelernt hättest, dann stünde da für dich ein super toller Ferrari oder sonst was. Nimm dir irgendwas, was dich inspiriert. Du bekommst eine Insel in der Karibik geschenkt. Stell dir so irgendwas vor und dann stell dir die Frage, ob du ansonsten noch etwas bräuchtest, um top motiviert zu sein. So, das heißt, ganz viele Ziele, die per se dich vielleicht nicht motivieren, kannst du mit Motivation dadurch füllen, indem du guckst, wozu dienst dir? Was liegt dahinter? Und Latein selbst macht dir vielleicht keinen Spaß. Aber möglicherweise hast du ganz fest das Ziel, dein Abi zu machen oder du hast es schon längst. Und möglicherweise willst du, musst du immer noch Latein lernen, weil du beispielsweise Medizin studierst und so weiter. Und dann ist, wobei, wenn du so weit bist, dann ist dir wahrscheinlich sowieso klar, Latein ist dann ein wichtiges Werkzeug. Und egal, wie deine Haltung früher vielleicht zu Latein war, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit wirst du dich damit angefreundet haben und wirst vielleicht dadurch, dass du es einfach seit einer ganzen Weile praktizierst, herausgefunden haben, im Grunde genommen ist es ein ganz wertvolles Werkzeug. So, also nach dem, was mir YouTube anzeigt, hakt der Stream immer wieder. Ich habe keine Ahnung, was da heute dran ist. Also unser Internet scheint zu funktionieren, laut Speedtest, den ich vorhin gefahren habe. Also vermute ich mal, dass es irgendwie an YouTube hängt. Sorry, aber diesen Stream, den zeichne ich auch auf meinem Rechner auf. Insofern sollte ich jetzt später feststellen, dass das total hakt und dann habe ich die Möglichkeit, das Ganze hochzuladen und dann sollte das eigentlich auch gut funktionieren. Insofern, wenn es einigermaßen erträglich ist, dann bleib gerne dran und wenn du das Gefühl hast, das nervt dich tierisch ab, dass die Videoausgabe irgendwie hakt, dann klingt dich gerne aus und ich denke, im Laufe des morgigen Tages werde ich dann das, was ich hier bei mir mitschneide, hochgeladen haben, sodass dir also in diesem Sinn nichts entgeht. Ja, wenn du an Motivation denkst, dann, wie formuliere ich das? Dann stell dir mal die Frage, wie sich das auf dein Umfeld auswirkt. Also stell dir vor, du gehst total begeistert dahin, wo du an Werktagen hingehst. Also falls du noch Schüler bist in die Schule, falls du studierst an die Uni, falls du arbeitest, du gehst ganz normal auf die Arbeit, hochmotiviert. So, wie wird dein Umfeld aller Voraussicht nach drauf reagieren, wenn du hochmotiviert dort ankommst? Und stell dir auch umgekehrt die Frage in Bezug auf Motivation, wie erlebst du diese Menschen, die dort sind? Wie erlebst du deine Mitschüler typischerweise, deine Kommilitonen, deine Arbeitskollegen? Wie sind diese motivationsmäßig drauf? Und du kannst dir auch die Frage stellen, wenn du morgens zum Beispiel mit deiner Arbeit beginnst, wie ist es morgens mit deiner Motivation? Wie verändert sich vielleicht deine Motivation im Laufe über den Tag hinweg? Wie sieht es abends aus, beim Feierabend, wenn du nach Hause gehst? Wie sieht es am Wochenende aus mit deiner Motivation? Und bei solchen Fragen wirst du ganz schnell feststellen, Motivation ist nichts Statisches, sondern hängt direkt davon ab, von dem, was du tust. Und vor allem aber auch von dem, was du über das, was du gerade tust, denkst. Plattes Beispiel, sagen wir mal wieder, Mathe, du kannst sagen, Mathe voll für den Eimer. Oder du kannst dir sagen, okay, Mathe erlebe ich als wirklich anstrengend und wollen wir doch mal sehen, ob ich nicht einigermaßen mitrudern kann. Und beides beschreibt vielleicht dieselbe Tatsache, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit wirst du so beim zweiten Ansatz dich ganz anders fühlen und dadurch, dass du dich besser fühlst, wird Mathe dich wahrscheinlich eher anspringen und wird eher eine Chance haben, in deinen Gehirnzellen irgendwo verankert zu werden, als wenn von vornherein klar, Mathe, alles voll kacke. Ja, angenommen, du stellst in weiten Bereichen deines Lebens fest, dass du bist, nicht motiviert, dann könnte es sein, dass die Frage, die ich dir jetzt gleich stellen werde, zu unangenehmen, wie nenn ich es, zu einer unangenehmen Klarheit führen könnte, in der gegebenenfalls Handlungsbedarf drinsteckt. Denn im Regelfall ist es so, wenn Menschen sich über längere Phasen in ihrem Leben hinweg als nicht motiviert erleben, dann ist es oft so, dass das ein Symptom dafür ist, dass irgendetwas Grundlegendes nicht stimmt. Es kann sein, dass in der Beziehung ganz viel Energie auf der Strecke bleibt. Es kann sein, wenn man berufstätig ist, dass da zum Beispiel etwas nicht stimmt. Es kann sein, dass man einfach mit seinem Körper nicht zufrieden ist, weil man zum Beispiel zu unfit ist oder ein paar Rundungen zu viel hat oder was auch immer. Insofern solltest du tatsächlich erleben, du bist seit einer ganzen Weile nicht motiviert, dann ist es zwar sehr unangenehm, dir diese Frage zu stellen und aber sehr klärend und du hast dann vor allem eine Idee, wo du ansetzen kannst. Und alleine der Unterschied dadurch, dass du da eine Idee hast, wo du ansetzen kannst, der für sich genommen kann, schon dazu führen, dass du dich dadurch motivierter fühlst und einfach wieder in die Gänge kommst. Und ganz oft ist es so, selbst wenn man den Eindruck hat, da liegen riesengroße Brocken im Weg. Ab dem Moment, wo man so einen schwachen Weg erahnen kann, also so einen kleinen, hakeligen Weg, der funktionieren könnte, wo man also praktisch etwas Licht am Ende des Tunnels sieht, ab dem Moment ist es meistens schon so, dass man sich wieder als motiviert erlebt, weil jetzt sieht man endlich eine Möglichkeit, jetzt sieht man endlich Licht und dadurch fühlt man sich wieder motiviert und geht die Dinge an und dadurch, dass man die Dinge angeht, selbst wenn man nur kleine Schritte tut, ist es oft so, man fühlt sich schon wie ein Riese im Vergleich zu dem, der man vielleicht noch im Moment davor war, wo man einfach nur den Eindruck hatte, da geht überhaupt gar nichts. So, ich möchte dieses Thema Motivation nicht zu sehr ausbreiten jetzt. Das war so das, was mir im Kern in den Sinn gekommen ist. Es gibt sicherlich noch ganz, ganz viel dazu zu sagen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schreib es mir gerne in die Kommentare und ich bin sehr gespannt darauf, was du mir dazu schreiben wirst, was du gegebenenfalls dazu fragen wirst. Und vielleicht mache ich dann ein Folgevideo zu diesem Thema. Wie du vielleicht mitbekommen hast, versuche ich seit dem 1. April täglich live auf Sendung zu sein. Heute ist der 21. April, bisher ist mir das gut gelungen. In diesem Sinn bin ich schon fast im Endspurt. Mal schauen, ob ich es auch die letzten Tage im April 2016 schaffe, täglich auf Sendung zu sein. Du kannst es mitverfolgen, wenn du magst. Ich bin jeden Abend um 21 Uhr da, außer freitags da bereits um 16 Uhr. Ja, mein Name ist Matthias Schwem. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du dich bald wieder hier zuschaltest. In diesem Sinn wünsche ich dir eine gute Zeit und vielleicht bis bald. bis bald nachrufen. Bis zum nächsten Mal.